Grüß euch, ich bin der Nino, ich bin der Junior Chef vom Hotel Attersee. Das Ganze ist ein Familienbetrieb. Wir haben Harbis jetzt seit mehreren Jahren schon und sind immer zufrieden gewesen. Die Gäste bei uns im Restaurant sind total zufrieden mit den neuen Harbis Pizzen und Snacks. Harbis schafft es durch die lange Teigruhe und durch den Sauerteig, dass der Boden einfach super knusprig ist. Egal als welcher ein Ofen kommt und die Leute lieben es einfach. Das Coole an Harbis ist, die Produkte werden von Jahr zu Jahr immer besser, obwohl es eigentlich schon das Beste ist. Neu sind zum Beispiel die langzeitgeführten Panemargarita mit Sauerteig, die gibt es im hellen oder dunklen Boden. Die sind super gut, super knusprig und für jeden was. Probiert es aus, Harbis ist eine gute Geschichte. îl im in